Sie haben als Kursadministrator in Ihrem eigenen Kurs die Möglichkeit, die Einstellungen Ihres Kurses, Ihrer Kurzhülle zu verändern. Das geht wie folgt. Gehen Sie dazu in Ihren entsprechenden Kursraum und wählen Sie hier oben den Reiter Einstellungen. Nachfolgend möchte ich Ihnen einige der Funktionen näher erläutern. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Kurstitel zu verändern. Meinetwegen, Elias Testkurs 3. Sie haben die Möglichkeit, eine Beschreibung hinzuzufügen. Wie in diesem Beispiel, Sie können festlegen, ob der Kurs online sein soll, was die Standardeinstellung eigentlich sein müsste, wenn man den Kurs erreichen möchte. Oder ob Sie ihn offline setzen. Offline würde bedeuten, Sie können in dem Kurs arbeiten für sich selbst, aber es können sich keine Kursteilnehmer anmelden. Hier können sich Kursteilnehmer anmelden. Das Anmeldeverfahren wird darunter geregelt in einem dieser Kästen. Oder Sie können sagen, der Kurs soll zeitlich begrenzt online zur Verfügung stehen. Wenn ich das anhake, bekomme ich hier die Möglichkeit, Kalendertermine und Uhrzeiten auszuwählen, in denen ich festlegen kann, wie lange mein Kurs online ist, bis er dann offline gesetzt wird. Hier automatisch. Bleiben wir hier mal unbegrenzt online. Das Kursbeitrittsverfahren regelt mehrere Dinge. Zum einen können Sie hier die Selbstregistrierung regeln. Das heißt also, dürfen sich Kursteilnehmer eigenständig an dem Kurs anmelden. Hier ist erstmal Nein eingestellt. Dürfen sich nicht anmelden. Das heißt also, ich als Kursadministrator müsste die Teilnehmer in den Kurs importieren. Möchte ich aber, dass die sich selber anmelden können, müsste ich hier mindestens zeitlich unbegrenzt anhaken. Oder zeitlich begrenzt. Der Anmeldezeitraum gilt hier in diesem Fall vom 30. Dezember bis zum 12. Dezember. Auch hier kann ich wieder die Daten entsprechend verstellen. Wir bleiben bei zeitlich umgrenzter Anmeldung. Das Beitrittsverfahren regelt, wie man dem Kurs beitreten kann. Also erst einmal hier oben, zeitlich unbegrenzt. Ich kann dem Kurs immer beitreten. Habe ich Antrag mit Bestätigung angehakt. Heißt das, ich kann dem Kurs zwar immer beitreten, muss aber erst einen Antrag stellen. Und das geht im Grunde, indem der Kursteilnehmer auf Kurs beitreten klickt. Über das Magazin, über den Lernkatalog. Danach erhält man als Kursadministrator eine Anfrage. Und diese Anfrage kann man bestätigen, ignorieren, was nicht so günstig wäre, oder eben das Feedback geben. Nein, du kannst leider an diesem Kurs nicht teilnehmen. Der direkte Beitritt ermöglicht den sofortigen Beitritt eines Kursteilnehmers in den Kurs. Das heißt, er meldet sich an und kann sofort die Kursmaterialien sehen. Kursbeitritt mit Passwort würde heißen, man kann hier ein Passwort vergeben. Dieses Passwort würde man beispielsweise in der ersten Präsenzveranstaltung eines Präsenzseminars mitteilen. Und sofern jemand das Kurspasswort kennt, kann er dem Kurs, kann sie dem Kurs beitreten. Wir bleiben hier mal bei direkter Beitritt. Zugangsschlüssel lassen wir aus. Mitgliederzahl ist noch interessant. Das heißt also, ich kann einen Kurs auf eine Mitgliedschaft begrenzen, auf eine zahlenmäßige Mitgliedschaft begrenzen. Ich könnte sagen, 20 Personen dürfen an diesem Kurs teilnehmen. Der Rest landet auf einer Warteliste. Oder ich kann auch das Wartelistenhäckchen rausnehmen. Das heißt, es gibt keine Warteliste. Die Teilnehmer bekommen immer die Information, der Kurs ist voll. Sie können hier leider nicht mehr teilnehmen. Bei Warteliste heißt es zwar auch, der Kurs ist voll, aber gleichzeitig mit der Information, Sie stehen auf Position 1 der Warteliste. Und die Teilnehmer, die auf der Warteliste stehen, rücken nicht automatisch nach, sondern müssen vom Kursadministrator für den Kurs freigegeben werden. Das heißt, es ist dann auch möglich zu sagen, es dürfen 21, 22 rein, wenn man hier in der Warteliste noch weitere Personen für den Kurs zulassen möchte. Die Kursdarstellung regelt, wie mein Kurs aufgeteilt ist. Das heißt, der Bereich, wo ich Materialien hochlade, Foren einstelle, Wikis einstelle und so weiter. Wie soll der aussehen? Da gibt es die Sitzungsansicht, die einfache Ansicht und so weiter. Da müssen Sie ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze aussieht hinterher. In der Regel kann man hier die einfache Ansicht belassen. Oder beispielsweise nach Typen. Das heißt also, alle Foren werden untereinander dargestellt, alle Dateien werden untereinander dargestellt, alle Wikis werden untereinander dargestellt und nicht unsortiert beziehungsweise nach Datumszeitstempel abgelegt. Also da muss man sich entscheiden, was man hier machen will. Da kann man sich auch näher mit diesem Thema noch auseinandersetzen. Auch hier die Sortierung besagt, wie werden meine Dateien abgelegt. Nach Titel heißt erst einmal alphabetisch sortiert. Das möchte man aber nicht immer. Manchmal soll ein bestimmtes Dokument ganz oben stehen. Das heißt, hier würde man dann beispielsweise manuelle Sortierung anklicken. Oder man kann sagen nach Zeitvergaben. Wenn ich mein Dokument als letztes eingestellt habe, soll es sozusagen ganz oben stehen und das ersteingestellte Dokument steht ganz unten. Also eine Zeithierarchie da reinbringen. Sitzungsanzahl begrenzen hat natürlich nur Sinn, wenn man auch hier mit der Kurssitzungsansicht arbeitet. Ist aber hier erstmal nicht relevant. Auf den Schreibtisch legen heißt, der Studierende beziehungsweise der Kursteilnehmer hat die Möglichkeit, sich den Kurs auf den Schreibtisch, den persönlichen Schreibtisch zu legen. Um schneller auf den Kurs zuzugreifen, sollte man immer angehakt lassen. Es sei denn, es spricht irgendwas explizit dagegen. Mitgliederanzeigen heißt, der Kursteilnehmer sieht, wer ist noch in diesem Kurs. Er bekommt einen Punkt Mitgliedergalerie angezeigt. Die sieht anders aus. Also die Mitgliederübersicht unterscheidet sich etwas von der Mitgliederansicht des Kursadministratoren. Der hat dort zwei Reiter. Der hat die Mitgliedergalerie und kann die Mitgliederliste einsehen, wo man noch ein bisschen administrativ arbeiten kann. Der Kursteilnehmer sieht keine Administrationsmöglichkeiten, sondern er sieht lediglich, wer ist noch in meinem Kurs. Es sieht eventuell ein Bild dazu des Teilnehmers und so weiter, wenn der Teilnehmer einen selber eingestellt hat. Und noch ein paar weitere Randinformationen. Okay. Nicht vergessen, sollten Sie Änderungen vorgenommen haben, hier den Speichern-Button zu klicken. Sehr geehrter Bundesregierung. Vielen Dank.